Hallo, herzlich willkommen bei der Fortuna Academy. Wieder der Fritzi. Fritzi hat hier einen ganz, ganz großen Stich und hier genau in der Sattelgurtlage. Ja, ich empfehle ja dann immer ein Apis und man kann Apis nicht nur oral eingeben, sondern hier mit Aloe Vera. Gell, mein Schatz, geh mal kurz zur Seite. Ja. Also machst du einfach ein bisschen Aloe Vera Gel drauf. Ein bisschen mehr. So, und dann habe ich hier, habe ich noch Aloe Vera drin. Und dann kommt Apis als Globuli, weil das ist ja nur besprüht. Das Globuli habe ich euch ja schon erklärt. Stehe, Fritzi. Einfach hier in das Gel rein und dann in die Fläche einmassiert. Genau, so verteilt sich das Apis dann auch mit dem Aloe Vera Gel auf die Haut. Und da ist die Bremse, die gestochen hat. Gell, Schatz, habe ich dich geschützt. Ja, also, ihr könnt auch Globulis direkt in Verbindung mit einem Gel auf die Haut dann auftragen. Das hilft dann sozusagen von außen. Und ja, ich hoffe, eure Pferde sind verschont, weil das ist echt unangenehm, so große Stiche. Alles Gute für dich und ein Pferd. Tschüss. Tschüss. Tschüss.